Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Heute werde ich euch mal zeigen, wie ihr diese ganzen Textures bzw. Shader euch installieren könnt, wie zum Beispiel hier das Hypixel Skyblock Texture Pack, damit ihr auch diese anderen Rüstungsarten und auch diese anderen Bugensorten habt, die dann eben halt auch für das, dafür hier Skyblock passend sind. Und dazu werde ich euch jetzt zeigen, wie man das Ganze installiert. Und dafür braucht man, um überhaupt eigentlich erstmal das Ganze zu installieren, oder generell empfehle ich euch auf jeden Fall Optifine zu installieren. Sonst kann man zum einen keine Shader installieren und zum anderen läuft es einfach mit Optifine nochmal deutlich flüssiger und man hat zum Beispiel auch diese Ranzoom-Funktion. Und falls ihr euch fragt, wie man das macht, dafür braucht man eben halt Java bzw. Optifine. Um Optifine allerdings zu bekommen, braucht man erstmal Java. Dazu, also die ganzen Links zu den ganzen Sachen, die ihr brauchte, stehen auch in der Videobeschreibung. Und da werde ich euch jetzt einmal kurz zeigen, was ihr als erstes machen müsst. Als erstes müsst ihr hier die Seite besuchen, java.com.de slash download. Das steht unten in der Videobeschreibung und dann müsst ihr hier auf kostenloser Java Download klicken. Dann müsst ihr das Ganze da vervollständigen, immer eine klassische Installation einfach machen. Und dann könnt ihr im nächsten Schritt euch hier Optifine runterladen. Dann werdet ihr erstmal so über andere Seiten geleitet, wo irgendwelche Werbung sind und dann nirgends raufklicken, außer oben rechts auf Werbung überspringen. Müsst ihr aufpassen, es wird nicht direkt drauf, weil manchmal noch irgendwo Werbung da drüber entsteht und ihr sonst raufklickt und man auf irgendeiner anderen Website ist und am Ende noch etwas bezahlt. Ich rufe den Link klicken, dann installiert sich das hier. Müsst ihr es einmal öffnen und es kommt verdammt viel Werbung, müsst ihr wissen, bei Minecraft, egal was man für Minecraft downloadet, es sind tausend Werbung, die man dann hat. Um das Ganze jetzt installieren zu können, müsst ihr jetzt hier einfach einmal raufklicken und dann eröffnet sich so ein Fenster und da müsst ihr dann eben auswählen, wo euer Minecraft Launcher ist. Ja und das müsst ihr einfach da reingeben, ist meistens schon direkt richtig ausgefüllt, dann einfach auf Install klicken, dann kommt Optifine successfully installed, dann habt ihr das. Dann müsst ihr hier bei Minecraft Launcher gehen, müsst ihr hier unten, das ist meist schon automatisch gemacht, dann auf die Optifine Version gehen, die ihr ausgewählt habt. Hier Optifine 1.14, ADU F3. Müsst ihr einfach Minecraft starten, dann habt ihr den ersten Step schon mal. Als nächstes müsst ihr euch auf jeden Fall schon mal die ganzen Dateien runterladen, also einmal zum einen den Shader und zum anderen das Resource Pack. Und dann könnt ihr hier auf Optionen gehen und dann habt ihr jetzt hier bei Grafikeinstellungen ein paar mehr Optionen als ohne Optifine. Und zwar unter anderem auch hier Shader. Wenn ihr Shader nicht anklicken könnt, dann muss man glaube ich hier bei sonstiges oder irgendwo hier genau Leistung glaube ich, schnelles Rennen ausschalten, denn sonst könnt ihr keine Shader raufpacken. Dann müsst ihr hier einfach auf Shader gehen oder werden euch alle angezeigt. Wahrscheinlich am Anfang wird hier noch nichts stehen, dann müsst ihr hier einfach in den Shader Ordner gehen. Der wird dann automatisch geöffnet. Hier sind alle ZIP Dateien drin und wenn ihr an diesen Shader, wie zum Beispiel, im Hintergrund sieht man es, den Zildo Shader, den ich zur Zeit die ganze Zeit benutze, finde ich auch verschiedene Varianten nehmen, Light, Medium, High, High Motion Blur, das heißt, dass ihr dann so verwaschene Bilder habt, ganz schön. Und zum Beispiel auch Extreme Volumetric Lightning. Natürlich, wenn ihr keinen als guten PC habt, eher die Light Version oder Medium, Stream nehme ich eigentlich nur die Medium Version, sonst eigentlich Stream. Dann müsst ihr das ja mal downloaden, bekommt ihr so ein ZIP-File und das müsst ihr hier in den Ordnerpacken, den ihr eben halt einfach über Ordner öffnen finden könnt. Und dann müsst ihr ihn einfach auswählen, müsst ihr sagen, fertig, dann habt ihr das, fertig installiert. Und dann kommen wir nochmal zu den Ressourcen Paketen. Dafür muss man hier einfach rauf gehen. Ich kann ja auch wieder Ordner öffnen sagen. Dann hat man nämlich auch den Ordner hier. Dort sind auch wieder ZIP-Files drin und dann könnt ihr euch zum Beispiel auch das Hypixel Skyblock Pack runterladen. Den Link dazu werde ich euch dann auch noch in die Videobeschreibung packen. Und hier könnt ihr dann einfach, ich empfehle euch wirklich die Full-Version zu nehmen, sonst habt ihr nicht alle Texturen. Müsst ihr einfach hier rauf gehen und hier einmal downloaden das Ganze. Öffnet sich hier ein Fenster, müsst ihr nicht drauf klicken und dann müsst ihr einfach wieder Ressourcen Paket Ordner nehmen und müsst ihr noch in eure Downloads gehen. Dort wird nämlich zu finden sein und dann könnt ihr hier eure ZIP-File einfach rüberschieben, Datei am Ziel ersetzen. Ihr seht mal schon drin. Nicht, weil ich es gerade benutze. Und dann habt ihr hier einfach alle eure Texture Packs drin. Ihr könnt hier auch wieder löschen, einfach rausnehmen. Und dann könnt ihr, habt das Ganze im Spiel und habt dann die besonderen Textures. Wichtig ist, bei dem Hypixel Skyblock Texture Pack müsst ihr Optifine installiert haben. Und dann steht hier nochmal extra User Optifine. Das gibt es eben halt einmal für die Version 1.8 bis 1.12 und einmal für die Version 1.13 bis 1.14. Ich hoffe, das Video war verständlich zu den Shader und Ressourcen Pak Installation und Optifine. Ich würde mich natürlich über Feedback freuen. Und schreibt mir auch gerne in den Kommentar rein, was ihr noch für Videoforschläge habt. Wenn ich irgendwo zu noch ein Tutorial machen soll, dann schreibt es gerne rein. Das war es dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da. Und dann, ciao.